Wir sind heute zusammengekommen um unsere Kinder- und Jugendfeuerwehr nach einem Jahr Pause, dass wir uns mal wieder treffen, dass man die Kinder alle mal wieder sieht, mal wieder zusammen kommt und deswegen machen wir heute hier am Bad eine Wiedersehensparty, wo wir mit Spiel und Spaß, Kaffee, Kuchen, Grillen, uns einen schönen Nachmittag machen wollen. Es sind natürlich nicht alle Kinder gekommen, wie das so im Sommer ist, alle sind beschäftigt, jeder hat irgendwo noch was vor, wir haben das Ganze kurzfristig gemacht. Letzte Woche haben wir erfahren, dass wir uns wieder treffen dürfen und daraufhin haben wir heute gleich den Termin gemacht und haben gesagt, wer kommt, der kommt und wir machen uns einen schönen Tag. Richtung scrapple visite visite visite